Werft sie in die Hölle zurück! So. Da haben wir doch noch ein... Nimm das Gebäude ein! Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Na, helft da mal mit. Hier ist doch ein Held. Zieh ihn bloß nicht. Okay. Oh. Das müssen wir nutzen. Und zwar bauen wir dann ganz schnell Bogenschützen, bis die hier sind. Und dann glaube ich, dass die... Die gehen ja dann auf unser Kontolimit sozusagen. Dass wir denn mehr Einheiten haben, als unser Limit, sag ich mal. So, ich baue jetzt einfach mal schnell Krieger. Wir sind die Schwerter Loriens. So, Pferde sind draufgegangen. Können auch ruhig welche kommen. Ah, ob wir das noch in der Zeit schaffen. Ja, auf den müssen wir auf jeden Fall gehen. Gut. Gut. Ja. Gut. Das Limit kriegen wir voll. So, einfach nur einmal voll machen. Wir haben ja noch eine Minute. Wir sind die Schwerter Loriens. Ja gut. Und dann sind wir auch voll. Können wir nicht? 60. Warum vieren sich? So, weil die sich heilen. Na gut, dann machen wir das so. So, und dann sind wir... Können wir gar nicht. Bringen wir die ja alle hier mit hin. Kommt schon! Der Feind ist nah! Sie greifen an! Ja, los! Angriff! Wo kommen die denn ganz her? König Dein! Er ist gekommen, um uns zu helfen! Die Zwerge des Berges stehen euch zur Seite! Zwerge und Elben! Tretet dem Schatten gemeinsam entgegen! Wir haben alle Hände voll zu tun! Okay. Jo, dann gibt es noch eine Zwergenfestung. Feindes Zwerg! Wir fangen an! Zalang bilden! Wir können nicht bleiben! Wie lange warten wir denn noch? Ich bin dabei! Seid froh und Gutes Zwerge! Oh Gott! Ein Drache! Warum ein Drache? Ach, das ist... Ah! Der lässt sich also gerne töten. Oder... Speit natürlich Feuer! Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt! Ähm... Dieser Schlag ist fahrt! Hm... Hier können wir nicht bleiben! So... Gehen wir! Wo werde ich gebraucht? Wir erledigen das! So, da kann noch eine hin... Macht euch bereit, Elben! Wir müssen die Wälder schützen! So... Reiter! Macht euch bereit, Elben! Bereit? So... Aha! Ach, die sind... Die sind... Nervig sind die! Unsere Feinde kommen über uns! Beschützt den Baumeister! Gut, gehen wir! Küstet euch Zwerge! Wo ist der Bauplatz? Nein! Sie greifen einen Malonebaum an! So schnell da rein! Unserem Land droht Gefahr! Der Aachen! Sein Standracht! Die Fesselung des Lebens! Oh! Okay! Unsere Entsatzgruppen warten auf das Leuchtfeuer! Erobert es! Sie greifen an! Vorsicht! Aufpassen! Malone... Malone... Das ist aber kein Malonebaum! Ich glaube da... Meine Freude wäre fertig! In Position! Geht in Position! Niemand versteckt sich vor einem Zwerge! Erfolg ist in Gefahr! Mir seid ihr sicher! Macht Platz für die Zwerge! Ich bin euer König! Im Laufschritt! Ich führe euch! Hierher! So, damit ihr hier... Seid standhaft, meine bärtigen Brüder! Wo werde ich gebraucht? Das Böse kommt über uns! Fegt die Welt! So, okay... Wo machen wir weiter? Wir brauchen natürlich... Das brauchen wir! Das brauchen wir auch! Kann man nicht die Festung auch upgraden? Genau! Der Feind rückt vor! Wie teuer? Der Feind kommt über uns! Achso! Ach, so ist das! Na gut, hier... Schaffen die sowieso nichts! Gut, denn... Sieht das bis jetzt auf jeden Fall noch nicht schwer aus! Es war jetzt ein bisschen blöd, sich hier mit den Zwergen... Also Fuß zu fassen hier! Aber sonst ging es eigentlich! Ich kann ja immer einen Turm bauen! Warum mache ich das denn? Habe ich das denn nicht schon... Früher hier gemacht? Und dann können wir die hier gleich heilen! Obwohl, dafür gibt es auch ein Gebäude! Weil wir werden hier hinten bestimmt auch gleich wieder angegriffen! So, die lassen wir da hier, die auch! Die können wir ja dann upgraden, wenn wir hier hinten das fertig gebaut haben! Ähm, mm, mm, einmal drehen... So, wie war denn das? Eben so, ne? Oder so ähnlich... So... Da kommen sie doch wieder! Genau! Was können wir hier denn noch bauen? Banner? Feuerschaden! Das ist cool! Wie teuer ist denn sowas? Das ist ja richtig teuer! Aber na gut, wir haben's ja! So, gut, die stehen... Ich kämpfe an eurer Seite! Gut, da sind auch alle drei Helden! An eure Waffen! Wir verwenden nur bestes Material! So, und gleich nochmal ein Upgrade! Wir haben die Schmiede erweitert! So! Eigentlich kann man hier alle Gebäude mal einmal upgraden! Der Feind kommt näher! Wo kommt er näher? Hier sehe ich nirgends wo was, wo er näher kommt! Ich könnte mir noch was Schönes kaufen! Die habe ich ja schon! Neuaufbau habe ich... Menschen aus Tal kann ich mal zur Hilfe rufen! Erdbeben! Eigentlich auch nicht schlecht, weil wir ja eine Festung einnehmen! Na! Hallo! Baumeister erschlagen! Los, alle da! Aber der macht gar keinen Schaden! So, eigentlich können die hier stehen bleiben! Weil, wenn die hier stehen... Die sind zu dritt, glaube ich, mega stark! Als so ein paar Püttel-Einheiten! Wo machen wir denn das Banner-Upgrade? Hier gar nicht! Ja, das ist... Das ist kein Problem! Das schaffen die! Ach, das kann man bei den Zwergen einfach so machen! So, wenn die gleich ein Banner-Upgrade haben... Die haben das schon längst... Dann heilen die sich! Okay. Okay. Den setzen wir doch gleich mal hier ein. Und hier auch. Auf eure Posten! Fahrlangs bilden! Auf eure Posten! Bleibt zusammen, Traktenschleuderer! Wir haben die Halle der Krieger erweitert! Unsere Entsatztruppen warten auf das Leuchtfeuer! Erobert es! Ach, jetzt... Ach, das wird mir hier angezeigt! Das muss ich natürlich wissen, dass die hier auf der Karte sichtbar sind. Dann hätte ich ja hier gar nicht so rennen müssen. Wo? Hier oben? Hier unten? Die geschmiedeten Klingen sind bereit! Stürzt euch auf! Wir haben den Schießstand erweitert! Verstört es! Der Feind kommt über uns! Pass auf! Ja gut, da brauchen wir aber ja nicht aufpassen hier, das schaffen wir. Gut, also hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal nichts befürchten. So, noch verbesserte Äxte. Und dann würde ich mich langsam losmachen zu dem Punkt... Da habe ich ja alles ausgebaut. Macht eure Speere bereit! Ich glaube... Ein Krieg zieht herauf! Ich weiß es! Das schaffen die ja jetzt hier eigentlich alleine. Behaupte ich jetzt mal so. Da ist nichts... Kein Bauplatz? Ne, da fehlt ein Bauplatz. So. Ich kämpfe an eurer Seite! So, Geld! Ich bin dabei! Schnell jetzt! Wir müssen ihn standhalten! Hier können wir nicht bleiben! Gibt es eigentlich noch Rohan? Von Rohan habe ich jetzt hier noch gar nichts gehört. Oder ist das jetzt vereint in den Menschen sozusagen? Dann muss ich hier nach oben hin. Der Feind rückt vor! Wir greifen schon wieder an! Wir gehen hier mal nach oben. Der Turm ist doch... Wo ist er? Da. Ja. Dann hoffe ich, dass da hinten mal eine Brücke ist. Kriegen die auch mal eine Heilung? Weil die nicht ganz schwach sind. Also... Ich bin...